Das ist völliger Mist, der sucht uns doch schon lange nicht mehr. Ich hab ihr das sagen und nicht, du verstanden. Halt die Klappe! Hast du das Geld? Nein, die Bullen waren vor mir da. Hm, die Kalle ohne Familie. Mit dem hat man immer Probleme. Die Klappe! Ich habe das Geld. Der Kalle ist weg! Die Klappe! Ach! Ach! Tito, da ist einer von der Saleri-Familie. Scheiße, ich komme. Was ist passiert? Einer von der Saleri-Familie. Ich habe das Geld der Chorleone-Familie gekauft. Oh, gut. Das ist wirklich viel. Einen Stapel darfst du behalten. Danke, Box. Es wird lang am Kampf. Ich mache die Tür. Wer ist das? Was willst du, du Penner? John! John, jetzt komm endlich! Sie reißen an! Sie reißen an! Stellen die geheime Waffenkampel. So geht's! Und dann geht's! Gut, zurück nach Korn. Geh der Hand nicht! Schnell! Die Waffen! Geh der Hand! Habe ich was verpasst? Nein. Nein. Rieche mich. Komm Tom. Ja. Ja. Verdammt, sie sind in der Tür. Ja. 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 Ja.